Wir sind eine Menschheitsfamilie, Hand in Hand um die Welt, weil wir viele sind. Die Veranstaltung, um die es heute geht, ist Freiheit für Julian Assange. Ja, und als Journalist bin ich schon der Meinung, dass man Flagge zeigen sollte, dass man zu solchen Veranstaltungen gehen sollte, für die Pressefreiheit, für die Meinungsfreiheit. Und deswegen bin ich heute hier, bei dieser hervorragenden Veranstaltung. Tolle Menschen, tolle Redner, super Konzert, also Dankeschön, dass ich hier sein darf. Wir sind der Meinung, dass investigativer Journalismus kein Verbrechen sein sollte und dennoch wird es in dem weltweit bekanntesten Fall um Julian Assange so gehandelt. Und in diesem Fall von Assange geht es nicht nur um ein Leben, es geht um mehr. Wenn wir Assange aufgeben, stirbt, wie ich finde, ein Teil der Pressefreiheit, ein Teil der Menschenrechte und ein Teil der Restdemokratie. Und darum sind wir heute hier. Die Künstler, die ihr gleich sehen werdet, verzichten alle auf ihre Gage und damit gehen die Einnahmen eurer Tickets ganz direkt an die Anwälte und Ehefrau Stella Assange. Vielen, vielen Dank. Free Julian Assange! 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 Oh yeah, genau so sieht es aus Berlin. Deswegen sind wir heute hier. Nochmal einen riesigen Applaus an den Initiator Jens Fischer-Rothrian. Vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Sie zelebrieren ihre Macht und ziehen in ihre nächste Schlacht. Wird es die letzte sein? Es liegt an uns. Allein. Free Julian Assange! 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 Ihr Lieben, es geht heute Abend. Letztlich um in Zernas Uhr. und Unterdrückung freier Meinungen. Und die Veranstalter haben zwei Leute eingeladen, die sich damit sehr gut auskennen. Der eine, der hat das quasi erfunden für die freie Medien. Der war derjenige, der uns gezeigt hat, was passiert, wenn man sich aus dem Öffentlich-Rechtlichen verabschiedet und das Falsche sagt. Und der andere, der hat das Buch drüber geschrieben. Ich begrüße mit euch sehr herzlich einmal den Historiker und Verleger und Autor des Buches Zensur aus Wien, Hannes Hofbauer. Grüß euch. Und von dem anderen habt ihr eventuell schon einmal gehört. Begrüßt bitte mit mir sehr, sehr herzlich zurück in Berlin, dein Freiburg. Wie geht es jetzt weiter? Welchen Nebenzustand der Selbstzensur, die wir haben, der überbrochenen Tech-Konzerne, wie ist deine Prognose, wie sieht die Arbeit von jetzt an weiter aus und wie wird sich dieses Zensurinstrumentarium fortsetzen? Erstmal vielen Dank für die Einladung an Hallo Berlin, bitte mit der Steuer. Wohin es geht, kann ich nicht sagen, ich wundere mich immer wieder. Jetzt kommt Joe, die Deutschlandseidenschaft hat ja aus Kontesten bezüglich der Frauen in Katar die WL verhastet. Was ich gerade bei der Tagesschau gelesen habe, ich küsse ja nur noch aus massillischen Rücken, dass die zum Beispiel gerade in China die Corona-Proteste total loben. Und wohin es geht, Paul, hängt ganz stark an, ob uns am Ende noch öffentlich-rechtlich und klassisch bezahlt wird überhaupt noch gut. Was wollen wir das tun, wird sich nämlich gar nicht erlauben. Wir wollen nicht mehr konkurrieren, wir wollen miteinander kooperieren, wir wollen gemeinsam erschaffen, um aus der Erde ein Erdbar-Paneten zu machen, denn wir sind nicht stolz auf die Massenvernichtungswaffen, die ganze Plastik, die wir in die Meere warfen, die mensch-eigende Beitrag zum Klimawandel werden uns feige, das unsere Kinder zu hinterlassen. Wir sind kritische Denker, frei und entschlossen, die wegzuführen und fordern ein Umdenken, andere Umstände für unsere Umwelt, die Tiere und Länder. Wir haben die Schnauze gestrichen, voll wollen lieber belogen werden, wir sind das Volk, brauchen keinen Fond und den Haupt, wenn ich gewollt, und wir stehen mir hier in Frieden, das ist unsere Welt. Wie ist meine Propose? Gibt es da nicht ein Horizont, oder es werden jetzt immer weiter? Also die Militarisierung, die du angesprochen hast, die du jetzt vorbereiten, also in Deutschland sowieso, in der Falle auch, und die kann natürlich dann eingesetzt werden, wenn eingesetzt werden, gegen die stimmige Meinungen. Also was ist Zensur? Zensur ist eine Herstungstechnik, so du siehst du, das ist eigentlich ein Narrativ. Und die gute Botschaft, aber auch mit was ich genießen, ist, dass es meistens dort passiert, wo die Herrschaft schwächelt. Wenn man die Herrschaft stark im Sattel sitzt, dann hat sie keine Zensur, dann kann man offen diskutieren. Aber wenn die Herrschaft schwächelt, dann muss sie eben kompensieren mit Verboten. Und wie könnte man sagen, Intellektueller könnte sie gar nicht mehr schwächeln, oder zumindest in Deutschland mehr? Ja, aber es gibt ja andere Maßnahmen, die kleine Zensur, die ich sie nenne, sozusagen das Verschweigen oder das Denunzieren oder das Brutale Brot, oder das Wegsperren von Julian Assange. Ich finde das unglaublich wichtig, dass wir uns weiterhin für Julian Assange einsetzen, weil er allein schon symbolisch für etwas steht. Julian Assange steht für die Pressefreiheit, aber auch für die Freiheit allgemein. Und wenn wir Julian Assange jetzt sozusagen in die Gefangenschaft gehen lassen und das Thema begraben, dann stirbt im Endeffekt die Pressefreiheit mit ihr mit. Julian Assange, das ist ein ganz großer Symbolfall eben, weil er hat nichts getan, außer seinen Beruf ausgeübt. Er ist Journalist und hat im Endeffekt nur die Wahrheit berichtet, das, was ein Journalist tun sollte. Er hat berichtet, was Fakt ist und er hat es belegt mit Videoaufnahmen. Und dafür wird er jetzt bestraft. Das ist ein Unding, das ist unfassbar, diese Ungerechtigkeit. Und wenn wir das zulassen, dass das einfach so durchgeht, dann Gute Nacht. Also, wofür wollen wir uns da noch einsetzen? Das ist so wichtig, dass er freigelassen wird, dass einfach die Wahrheit ans Licht kommt und dass wieder Gerechtigkeit passiert. Weil das momentan, was wir hier haben, ist eine massive Ungerechtigkeit und eine extreme Doppelmoral, die von gewissen Leuten an den Tag gelegt wird. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, jetzt seine Stimme zu erheben und sich für diesen mutigen Mann einzusetzen. Ich glaube, was wir brauchen, was Demokratie für mich braucht, ist Dezentralisierung auf allen Dingen. Wir brauchen dezentrale Technologien, aber das ist P2P oder Blockchain, das gibt es heute auch alles. Und es ist immer so, auch was die Medien angeht, also auch die sozialen Medien und auch was die öffentlich-echsten Medien, wie ich sie denn angeht, es ist ja eine WZF-Kaufsendung, ich habe schon was vorbereitet. Und das alles nicht behauptet, weil da sind hier ja keine Jungs, aber wir sind ja das Produkt, das verkauft wird. Und deshalb bequemen, muss man dazu sagen. Und es ist unbequemen, wenn man vielleicht wieder sagt, okay, ich versuche mit anderen Netzwerken zu bilden und Themen nicht anzulegen, zu verschicken und sich sogar zu treffen. Ich glaube, dass das nächste Konflikt zur Freiheit ist, das hat mir auf eine Scheiberspiele geschickt. Da bin ich guter Prozesse mitgekommen. Ich sage, dass ich in der Situation so bin, keine Frage, die Zeit weiter. Ich habe eine Scheiberspiele, ich bin total total. Also das mal machen und vor allem sich mit anderen treffen und sich die Meinung von Leuten anhören und die einen hier total auch gegen den Stich gehen. Weil ich finde, wir haben ja mit Demokratie dagegen gar nicht richtig gelernt, dass wenn heute irgendjemand drauflaucht, der zu einem Thema, eine andere Meinung hat, dann sind wir richtig. Ich sage mal so, in einer Welt, in der jemand, der Kriegsverbrechen aufklärt und das der ganzen Welt mitteilt, in einem Gefängnis sitzt, als Strafe dafür, in dieser Welt wollen und werden wir nicht leben. Und deswegen, da sind wir heute hier bei diesem wundervollen Event und setzen ein Zeichen und versuchen einfach das Bestmögliche auch an Spendengeldern da einfach mal rüber zu schicken, um diesen Kampf einfach für die Pressefreiheit zu gewinnen am Ende. Und wir werden diesen Kampf gewinnen. Deswegen, Leute da draußen, bleibt stabiler. Wir schaffen das da. So, wir müssen erstmal ganz grundlegend hier ein paar Sachen klären. Warum sind wir hier? Ich sag Frieden! Ihr sagt Freiheit! Frieden! 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 Ich sag Free! Ihr sagt Julian! Free! Frieden! Ich glaube, absolut. Im Kleinen dagegen werden ist es gut, aber auf jeden Fall ist es gesellschaftlich relevant werden. Also, die gesellschaftliche Relevanz an der Gegenöffentlichkeit, zur Öffentlichkeit zu werden und letztlich dann die Gesellschaft auch positiv zu verändern, darum geht es für mich. Das ist ja auch bitter, oder? Wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten Jahre, man hat fast abgehoben, das kann man nur sagen, oder? Wir haben dir vorhin in die Fresse gehauen, aber ja. Also, nein, was ich, wenn man die Demografie kennt, weiß, es ist keine gute Idee, zu mir zu kommen, will ich sagen, das darfst du jetzt nicht mehr machen. Und ich habe immer noch das. Und zwar, bis zum Aufrüst des Vertrags. Und jetzt, wenn man weiß, dass die Fresse und alle grundkätzliche Motive natürlich hier vertragen, liegen bei Minderlich in der Jugend. Ich hatte das große Glück, ich bin nicht von Eltern wirklich dazu geworden, als ich hatte nie Elbricht vor Autoritäten, weil es die Familie nicht gab. Aber viele laufen ja eben mit, sehen Mitläufer. Das ist auch ein Ordnungsluss, auf so etwas zu sein. Wenn du willst, dass Frieden ist, lass dich nicht und zeige dich, weil du bist, was alles ist, ein Teil vom großen Wir. Wir sind so viel mehr und können voneinander lernen. Wir sind so viel mehr, empfinden Liebe im Herz. Wir sind so viel mehr, als du glaubst, was wir wären. Wir sind so viel mehr, wir sind so viel mehr. Wir sind so unglaublich viel mehr, als was die meisten von uns denken. Wir sind so wundervolle, kraftvolle Wesen mit so einem unendlich großen Potenzial. Lasst es uns bitte nutzen und diese Welt verändern. Zusammen! Und ich erinnere daran, es trifft ja nicht nur Journalisten. Wer auf Journalisten einschlägt, das ist ja eigentlich ne Irrenschlag, dann ist man relevant. Wenn man mitmischen darf, alles sagen darf, dann ist man PR, weiß es vielleicht gar nicht. In dem Moment, wo man auf die Fresse bekommt, sagt man irgendwas, was da oben rum jemand stört, also dann wird wirklich dranbleiben. Und deswegen, eben ist ja vielfach Journalismus. Journalismus ist investigativ. Sonst ist es gar kein Journalismus, sondern es ist PR. Und das wissen wir ja auch. Das wissen wir ja auch. Spätestens schon in einer Aktion. In einem Buch haben sie es geschrieben. Das, was direkt dann passiert. Dass man über die Intellektuellen, die einseitige Begabungen da turumpiert und wegsperrt und Mekati-Därer neu auflegt. Das ist ja alles sowas von unordinell. So lahm, so plummig. Und ich hab auch gefragt, warum so plummig. Da haben die Glühmlichen gesagt, weil es so funktioniert. Weil es so funktioniert. Und das ist das, was mich bei der Sache stört. Und ich hab auch keinen Bock mehr. Ich bin auch nicht in der Gegend. Ich verschwende meine Zeit, wenn ich gerade wegen gegen dich zu sein. Das ist nicht so ungelegt. Sondern ich baue was Neues auf. Stell dir vor, das Paradies ist schon hier. Weil wir es manifestieren. Und es beginnt in dir. Jetzt alle zusammen. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Hand in Hand um die Welt, weil wir Frieden bringen. Acht Milliarden Herzen mit Liebe trennen. Ja, wir sind eine Menschheitsfamilie. Wenn du Julian Assange jetzt persönlich treffen könntest, was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihm mitgeben? Jetzt hier. Halt durch und vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Julian. Sehr gut. Danke. Wir gehen in Frieden, meine Freunde. Und jetzt stell dir mal vor, wir könnten irgendwie eine Leitung zu ihm herstellen und mit ihm sprechen und ihm irgendwie was mitteilen und sagen. Was würdest du ihm jetzt sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, mit ihm zu sprechen? Ich würde mich erstmal von ganzem Herzen bei ihm bedanken. Ich habe einen unglaublich großen Respekt und eine Demut vor diesem Mann. Was er durchsteht seit Jahren und durchstehen muss. Das ist unfassbar. Das können wir uns alle nicht vorstellen. Und dass er seine Stimme genutzt hat, um sie für uns zu erheben. Er hat das ja nicht irgendwie getan, damit er, keine Ahnung, jetzt irgendwie Kohle bekommt oder so. Sondern er hat das gemacht, damit die Leute die Wahrheit erfahren. Und das ist ein ganz, ganz großer, mutiger Schritt. Weil er ja gewusst hat, okay, was sind auch die Risiken, wenn er sowas veröffentlicht. Und da habe ich einfach einen enorm großen Respekt vor ihm. Und ich würde ihm sagen, einfach danke für deine Arbeit. Du hast extrem vielen Menschen damit geholfen. Und es tut mir unfassbar leid von ganzem Herzen, was du gerade durchmachen musst deswegen. Und dass ich, ja, zumindest mein Möglichstes tun werde, um meinen Beitrag zu leisten, dass er frei kommt. Wir sind von Liebe inspiriert. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Egal was auch passiert. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Egal was auch passiert. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Egal was auch passiert. Wir bleiben hier. Egal was auch passiert. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Ich will dir die Freihand an ihnen noch einen Applaus für dooher diesem Händen.